Leben und wie, dazu möchte ich gleich etwas sagen, vorweg aber auch noch etwas zu dieser früheren Paketpost hier, in der da heute neben einer Dependence des Schauspielhauses auch der allseits gewiebte Warten- und Sozialsystems der Stadtzeigen sind satt. Da treffen sich Kultur und Unkultur direkt nebeneinander. Nachdem die Paketpost aus diesem Gebäude ausgezogen war, hat die Stadt überlegt, wie sie das Gebäude nutzen und umbauen kann. Die Kosten hätten bei so 25 Millionen Euro gelegen, wenn die Stadt selbst umgebaut hätte. Aber als wenigen Ruhig der FDP im Stadtrat wollten keine Kredite für so einen Umbau ausnehmen, weil sie der Begeisterung von der Schuldenfreie Landeshauptstadt nicht geworfen, weitererklären wollten. Also suchten sie sich einen privaten Investor, der den Umbau durchführen sollte. Von dem wollte die Stadt das bedeutete an die Isi. Wie sie raten, sind zwar teurer, aber tauschen eben nicht als Kredite im Haushaltsplan auf. Statt 25 Millionen lagern die Gesamtkosten, dann bei 37 Millionen, aber eben ohne Kredite. Und weil man privaten Investoren in dieser Stadt vertraut und sie eben einfach alles besser können, wie es ja immer heißt, wurden Verträge geschlossen, die den Investor völlig freie Hand ließen. Und das Endergebnis von 25 Millionen kostet dieses Projekt, das wir hier sehen, nun mehr als 60 Millionen Euro. So viel zur Frage, warum die Stadt durch städtische Wohnungsbau angeblich kein Geld hat. Durch städtische Wohnungen wäre Platz und so auf dem Freilände, das hier zwischen der Kölner Straße und der Erdhafter Straße ja vorhanden ist und nun gebaut werden soll. Im Jahr 2008 verkaufte die deutschen Kosten rund 1 Milliarde Euro, 1.300 probierende Grundstücke, darunter auch das, das heute Quartiere gewaltt. Die Stadt hätte für dieses Grundstück ein Voraussrecht gehabt, der hat es nicht genutzt, so wie mit diesem Grundstück in den Besitzentur und der organischen Anlagefonds Lohnstar über die Sitzende selbst. Lohnstar wurde zum letzten Jahr nach der Verholt-DKW-Bahn bekannt und gilt für die Zertal-DKW-Vaxin-Report als Unternehmen mit skrupellosen Beschäftspraktiken. Die Summe und die Verleihung der Nutzung dieses Areals an der Kölner Straße geht gigantisch. Medienrechten zufolge soll der Grundstückswert bei uns 300 Millionen Euro verliegen haben. Medienrechten, die man Boden liegt ja gar nicht aus, aber wenn es allen zu wartet, kommen dann stellt sich das Ergebnis, dass er leider Grundstückswert, wenn er ja dann gebaut ist. Insgesamt dann bei 90 Millionen Euro, die man geklaut hat, macht er also bei eben nur mit dem Grundstück ein Gewinn von 60 Millionen Euro. Und dann wird er noch gebaut und dann wird er natürlich auch gebraucht. Angefiesen, mit einem Projekt als neues Wohnquartier, um 120.000 Quadratmeter gebaut werden, gibt es dort. Die Wohnbebauung wird 40.000 Quadratmeter ausweilen. Die Restfläche, also zwei Drittel oder 80.000 Quadratmeter, werden für das genutzt, was in Düsseldorf am allerbremst, den höchsten vierte Glückwunsch, was sich erdenken. Ein neues Hotel soll entstehen und es soll ein neues Büroform geben und es soll ein neues Parkhaus werden, damit die Gegend sind, damit lassen sich noch höhere Profis in Meierlichkehren als mit Wohnhaus. Und überhaupt versuchen die Amtelshaus-Gerrissendörfer in der Planungs- und Stadtpolitik vor allem die Stadt zu werden, die mehr Hotelzimmer und Parkhausplätze als bezahlbare Wohnungen hat. 10% der Wohnungen werden mit öffentlichen Mitteln befördert und werden dann als sogenannter sozialer Wohnungsbau. Und ich will mir diesen Begriff noch mal kurz beschäftigen, weil sozial ist sozialer Wohnungsbau, die Gesellschaft kurzfristig wird zu hoch. Da werden öffentliche Mittel dafür herausgegeben, die Differenz der Miete, die auf dem freien Markt erzielt werden kann, und bezahlbaren Mieten, quasi mit öffentlichen Geldern zu schützen. Nach 20, 30 Jahren läuft dann die Bindungsfrist aus, die Investoren haben die Gelder zum Totschaum gemacht und können dann die Miete steigen lassen. Und deshalb finde ich sehr wichtig und wichtig, dass unter dem Motto, keine Miete mit der Miete auch nicht dafür interessieren, dass es mehr als der Wohnungsbau gibt, sondern dass wir sagen, wir wollen unterdrücklichen, wir wollen genossenschaftliche Wohnungsbau. Wir wollen nicht eine Investorenpolitik für den Leuten, der selbst im Arsch geblasen wird, um dadurch quasi Mieten auch noch zu funktionieren. Und das Zweite, dass dort in den meisten KTN noch mal ganz deutlich wird, wenn wir über Mieten sprechen, müssen wir über Grund und Boden sprechen. Es muss Schluss gemacht werden damit, dass Stadt, Land und Bund Grund und Boden verschärfen und verkaufen, damit private Investoren bauen können. Wir können das als Stadt selber, wir können das als wirtschaftlich selber. Grund und Boden ist keine Ware, es gab niemanden außer uns allen, meine ich.